Abläufe sind sehr straff, muss ich sagen, gegenüber denen, wie ich sie in Deutschland kenne. In Deutschland ist es normalerweise üblich, in sehr vielen Sitzungen sehr wenig an, will ich sagen Erfolg, aber an Behandlung rüberzubringen. Man hat sehr viele Termine. Das ist hier sehr kompakt und kommt mir von der zeitlichen Klima her sehr entgegen. Vielen Dank.